Ja, hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ganz kurz, er hat sich so ein bisschen sehr blöd dumpf an, was daran liegt. Der vollständigen Wahrheit. Dort legt mein Zwilling ein schwarzes Steinhaerz auf die Waagschale der Maat. Und dann schlägt die göttliche Schlange zu. Apophis. Größer als ein Berg. Größer als die Vernunft. Ein Bogen aus Licht erscheint in meinen Händen. Ich kämpfe gegen die Schlange und siege. Aber ich werde verwundet. Dann steige ich durch. Dunkles Wasser auf. It's in fucking ernst. Stimmungskiller. Äh, lol. Ist da noch eins? Jo. Ähm, er hat das Schiff zum Sinken gebracht. Wo geht der hin wohl? Das ist ja nur das Boot. Ich weiß es nicht. Ich soll... Ich gehe mal hinterher. Das war jetzt blöd. Noch mal von vorne. Dann steige ich durch. Dunkles Wasser auf, um zwischen Lotusblumen aufzutauchen. Ich nehme mein verlorenes Herz von einem Altar und reise in die Gefilde der Binsen. In der Ferne sehe ich meinen Sohn. Wenn ich nach ihm greife, zerfällt er zur Asche. Er... Siehe, dein wahres Auge ist geöffnet. Hier. Das heilige Eiland erwartet dich. Ja, ich befürchte, wir müssen da jetzt hinschwimmen. Das war jetzt so ein bisschen schon sehr stimmungstötend mit dem Krokodil. Aber gut. Kommst du mit? Ich mit. Na doch, er kommt mit. Ja, geil. Das Eiland ist voller Krokodile. Ich habe mir auch das Schiff da mitnehmen können, aber es sind wir fast da von daher. Dann kann er noch in Ruhe hinterher schwimmen und ich freue mich schon mal ein bisschen auf. Aua! Der kann es mal nicht. Ja, komm her. Ah, nice. So, will noch eins? Oh, ordentlich Leder. So, du bist jetzt auch bald mal da. Warum? Aber okay. Ah, da geht's hin. Sprich mit dem Seher. Alles klar. Erlöser, willst du von dem Fluch, der deinen Schlaf befallen hat, befreit werden? Es gibt einen Ritus, der ihn auf ewig aus deinem Verstand tilgt. Ja. Dann tu es. Gehe unter das Wasser südlich von hier und hole die Statue des Chnum aus dem versunkenen Tempel des Ramses. Mit dem Ebenbild des großen Töpfers kann der Ritus vollzogen werden. Oh, sorry. Ich bin mit meinem Controller gegen den Schreibtisch gekommen. Oh Mann. Das ist gefährlich. Da muss ich besser drauf aufpassen. Da soll ich hin. Zu der Statue. Okay. Ernsthaft schon wieder. Ah, ist gut. Meine Güte, sind hier viele. In der Nähe eines weiteren süßen kleinen Kompadils. Das ist trotzdem noch ein ganzes Stück. Aber ich dachte, ich tauch schon mal ein bisschen. Vielleicht sieht mich dann auch das... Was auch immer das da ist, nicht. Das hört sich doch schlau an. Egal was hier ist, seht mich nicht. Okay. Ich will einfach nur zurückschimpfen. Ich will einfach nur ganz, ganz leise, unauffällig zurückschwimmen. Ah, okay. Dann bringen wir eben die Statue. Und ich habe Angst, dass schon wieder so eine komische Vision kommt. Ich will nicht schon wieder gegen die Schlange kämpfen. Aber wir werden es ja eigentlich davon befreien. Aber vielleicht müssen wir dann noch mal... Ah, ich weiß es nicht. Aber genug der Spekulationen. Lass es uns herausfinden. Hallo? Jetzt. Oh. Hallo, Kurotil. Bitteschön. Hier ist die Statue. Hier ist die Statue. Chnum. Schöpfer der Kinder. Er wird an deiner Stelle gegen Apophis kämpfen. Der Ritus braucht deine Willensstärke. Sitze an meiner Seite und meditiere, während ich zu den Göttern spreche. Wachse, oh Licht. Tritt hervor, oh Licht. Erhebe dich, oh Licht. Oh. Okay. S-S-Sound. Der Seer ist fort. Wie kam er von der Insel? Was? Ernsthaft? Das ist jetzt einfach so zu Ende. Okay. Wie kam er von der Insel? Punkt. Wir werden es nie erfahren. Na gut. Da haben wir einen unbekannten Ort. Was ist das für ein Foto? Will ich da hin? Das ist ein bisschen creepy. Ne, mir egal. Ich will da trotzdem hin. Ich könnte mir wieder ein Boot holen und hier durch den Kanal schippern. Dafür brauche ich nur ein Boot. Ah, oh. Oh, wow. Praktisch. Wie praktisch. Na gut, ich gehe mal davon aus, dass wir es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt erfahren werden, was mit dem Seer passiert ist. Oder wir sind gerade eigentlich in einer großen Traumsequenz. Ich weiß es nicht. So. Jetzt kommt wieder meine Lieblingsfahrt durch den Kanal. Beim Versuch nirgends anzudotzen oder jemanden umzufahren. Das war ein bisschen Öl. Gut, dass wir nachts unterwegs sind. Da ist immer so wenig Verkehr hier. Das macht es mir leichter. Obwohl da vorne... Die Vögel halten sich da jetzt auch nicht unbedingt dran an die Nachtruhe. Ja. Ehhh. Chego. Ah, guck mal. Wie super das funktioniert! Ah! Das greift nicht an. Genau! Oh, du hast eine feige Sau. Boah, Alter, sind das viele. Obala. Okay, gut. Bin nicht einmal durch ein Krokodils-Nest gefahren. Warum auch nicht? Eigentlich will ich hier hin. Bisschen Angst. Alleine in der Wüste, auf dem Weg zu einer Höhle, mitten in der Nacht. Wo groß was steckt? Ach, das ist nur so'n Scheiß. Crazy. Das geht da ganz schön tief runter. Ich hätte nicht mehr den Krokodilen spielen sollen. Nein! Ach, das geht da gar nicht tief runter. Das war einfach nur Wasser. Boah, jeez, hast du mich jetzt erschreckt. Ei, 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 ei. Ich dachte schon. Jetzt geht er da hoch, jung. Da oben sind ziemlich Pfeile. Okay, wer braucht schon Leitern? Von mir aus. Okay. Voll, ne? Ja, ich müsste voll sein. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber jetzt habe ich ihn gesehen. Und jetzt wird er getötet. Oh, okay. Hat nicht mehr funktioniert. Einstellte jetzt jemanden töten. Was ist denn jetzt der Pfeil im Wobentum? Nein, nur genervt. Da bist du ja. Du wirst mir nicht entkommen. Du schwimmst hier nicht weg. Ich habe Angst, irgendwas zu tun. Kannst du nicht wieder hier runterkommen und dann kann ich dich von hinten töten? Jees. Was ist jetzt? Zweit unterwegs. Hey, halt deine Waffen bereit. Klar. Kettnattentat, Kettnattentat. Ernsthaft. Ernsthaft. Kettnattentat, Kettnattentat. Bitt schön. Ding, ding, ding. Hier war auch irgendwo der Schatz, ne? Ja, da war der Schatz. So, nimm mit. Was ist denn jetzt schon wieder? Lol, ich habe fast all deine Leute getötet. Na gut. Dein Ernst. Oh, was geht mit dem Ton hier in der Höhle? Okay, ich gehe mal wieder raus. Vielleicht tut es dann besser. Ich bin jetzt eh durch. Was? Oh Gott, wo kommt ihr denn jetzt alle auf einmal her? Ich breng dich um. Na komm, verblute, du dumme Sau. Verblute. Verblute. Ha. Ha, 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 ha. So, jetzt würde ich hier gern... Ist hier noch jemand? Macht die Musik gerade so bedrohlich, aber... Ich glaube, da war ein Krokodil. Vielleicht lag es ja da. Ich würde jetzt gerne erst mal ein bisschen... Nicht unbedingt diese Wache töten, die ist mir eigentlich egal. Äh, ein bisschen gucken, wo ich bin und was ich tun soll. Oh, sorry. Warte, Knopf. Ich wollte zoomen. So, hier hinten war ja irgendwo das Ding von dem Knilch. Ich bin gleich zwei unterwegs. Unsympathisch. Ich wäre hier hin. 24 bis 29, da bin ich auch ready für. 30 bis 33 könnte ich direkt neben mir jetzt auch machen, aber ich wollte jetzt erst mal... Oh, sorry, meine Nase ist gerade ein bisschen zu. Ah, ich war ja auch um Erkälte die Tage. Äh, so. Verzeihung. Jetzt habe ich es wieder. Ich wollte jetzt erst mal hier so das alles abgrasen. Oder zumindest hier ein bisschen was abgrasen. Den Schnellreisepunkt würde ich dann vielleicht mitnehmen. Aber wo war denn... Ach, jetzt zeig das mir wieder an. Boah, Alter, da kann ich nicht hin. Doch, das ist alles noch okay. Sie bleiben in diesem Gebiet, dann habe ich nichts gesagt. Aber trotz all dem... Erst mal den Schnellreisepunkt da unten und dann können wir uns da auf dem Wirken machen. Das ist weit weg. Das ist aber auch nicht so irgendwie mein Pferd oder mein Kamel zu nehmen. Ich muss ja erst mal irgendwie... Irgendwie hier über die Hügel kommen. Aber ich nehme den langen Weg. Oh, hier ist eine Straße. Äh, ich probiere es mit dem Kamel. Komm mal her. So, vielleicht komme ich ja hier irgendwie durch. Unterm hellem Mondeschein. Ja, da hinten ist es. Und die Musik packt halt ein bisschen rum. Aber dafür kann ich nichts. Dafür kann ausnahmsweise auch tatsächlich nicht mal die Elgato-Software was. Und das muss schon echt was heißen. Ich hoffe, dass er sich gleich wieder reinkriegt, reinkriegt. Nur falls müsste ich die PS4 einmal neu starten. Was ich höchst ungern tun würde, weil es auch immer ein bisschen dauert. Beziehungsweise das Spiel neu starten, das reicht ja da meistens schon. Und das könnte ich tatsächlich dann, müsste ich dann machen. Aber wir schauen mal. Jetzt gerade geht's ja. Okay. Das war easy peasy lemon squeezy. Es hat mich nichts angegriffen. Macht mich glücklich. Synchronisieren. Bitte. Ah, da unten ist doch irgendein Lager. Das sehe ich doch von hier aus. Aber dann haben wir hinten in der Ecke zumindest auch einen Schnellreisepunkt. Das schadet ja auch nie. So, ist das da jetzt was? Ob ich mir Sorgen machen sollte oder... Nö. Hier ist angeblich irgendwo was. Oh, ein Schatz. Ein Schätzchen. Irgendwo hier an der Seite versteckt. Okay, das funktioniert so nicht. Es sind viel zu viele Geier unterwegs. Einfacher Schwert. Ich konnte zurückholen, was diese verdammten Räuber aus seinem Grab gestohlen haben, doch es wird nicht mein Leben kosten. Eine ihrer Pfeile traf mich im Bauch, als ich aus ihrem Versteck floh. Es hörte nicht auf zu bluten. Bald werden die Geier mich finden. Ich bin bereit für die Wiedervereinigung unseres Kars Vater. Ich weiß, dass ich dich stolz gemacht habe. Ey, es ist anscheinend schon ein Waldchen her. Und die Geier hatten da auch schon ihren Spaß. So. Hat sie ein bisschen was zu jagen? Das ist aber nicht in die Richtung, in die ich möchte hier oben. Da. Das ist aber 300 Meter entfernt. Das ist nicht so weit sein. Äh. Das kann noch gar nicht so weit sein. Hier, Kamil. Jetzt jagen wir uns jetzt gerade kurz. Das liegt ja auch so halb. Oh, fuck. In unserer Richtung. Vielleicht muss ich gar nicht mehr jagen. Ja, ich glaube, ich muss nicht mehr jagen. Okay, ich hätte zwar gereicht, aber... So. Na gut, dann lassen wir das mit dem jagen. Achso, ja. Lassen wir das mit dem jagen. Das könnten wir uns angucken. Das dauert jetzt halt alles zu lange. Also ich muss das mit der Karawane halt auf jeden Fall in dieser Aufnahmesession noch machen. Äh, achso, vorher. Ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Nice. Hammer, das ist auch schon auf Lila. Very good so. Ich mag jetzt aber keine Hyänen mehr töten. Deswegen reite ich jetzt einfach mal los. So, oben ist der unbekannte Ort. Okay. Da reiten wir mal hin. Durch die Üste mit leicht buggingem Sound. Kann man hier irgendwo hoch? Kleines Kamel, komm hier. Oh, aua. Da sind die Zähne weg. Hat man ganz klar gehört. Was ist das hier? Oh, hier gibt's einen Schatz. Oh, hier ist hier sonst noch irgendwas. So, sieht ein bisschen gruselig aus. Oh, da. Sonst ist hier nichts. Ich krieg einfach so meinen Schatz. Was ist denn da? Oh, ja. Wer es braucht. Okay, das war dann auch schon der ganze Ort, wie's aussieht. Bisschen mehr Plündi, Plündi. Dann reiten wir weiter. Wo ist denn jetzt das Ding? Siehst du, ich hab nur noch vier Stunden. Das schaff ich niemals. Oh, Alter. Ist das weit weg? Ist das weit weg? 1.300 irgendwas Meter. Du gehst jetzt nicht weg. Hallo? Kamel? Wir haben eine lange Reise vor uns. Werd' jetzt bloß nicht zickig. Zumindest kommen wir hier gut voran. Hallo, neues Gebiet. Freust du dich auf mich? Ich freue mich auf dich. Das müsstest du eigentlich gleich mal Plopp machen. Ist das Memphis oder? Ne, kann ja nicht sein. Das ist ein neues Gebiet. Und gleich müsste es tatsächlich Plopp machen. Also, Plopp im Sinne von... Guck mal. Oh, ein Berglöwe. Plopp im Sinne von... Sie haben ein neues, unbekanntes Gebiet betreten. Wow. Was haben wir denn hier? Das sieht ja alles anreizfreundlich aus. Und jetzt... Hab ich auch noch andere Probleme. Jetzt geh... Ich will grad echt nicht. Hier. Jag andere Tiere. Hey, neure Kro... Ach, scheiße. Region. So, was haben wir denn jetzt hier? Vielleicht kann ich ja einen kurzen Zwischenstopp machen. Da haben wir einen unbekannten Ort. Da haben wir einen Aussichtspunkt. Mord im Tempel. Okay, aber... Ist der Aussichtspunkt da auf diesem... Diesen... Gebiet, das nicht so aussieht, als wollte es mich drin haben? Irgendwie ist hier alles voll mit roten Flaggen. Irgendwie gefällt mir dieses Gebiet nicht. Überhaupt nicht. Ich will den Aussichtspunkt schon echt holen sollten, weil ich dann ganz schnell wieder hier sein kann, aber... Jetzt gerade nicht. Karanis! Hallo, Karanis! Irgendwo da oben ist die Karawane, was? Achso, ich dachte, sie wären bei einer Karawane. Na gut. Dann gehen wir da hin. Finde die Waren und hole sie zurück und darum soll ich einen Tod rächen. Oh, wer hat mich denn jetzt gesehen? Helfen die mich gerade an? Oh, der Sound, ey! Komm her, Jung! Ach, er ist direkt tot. Na, das ist ja tragic. Was ist denn jetzt noch? Wo denn? Kinder, ihr seid immer so aggro. Ich will mich hier im Gras verstecken. Bitte. Versteck mich im Gras! Da kann sie mich im Gras verstecken. Das ist ja traurig. So. Ein Chatschen gibt es ja angeblich auch. Und hier niemand? Komm. So, Schatz. Und Werkzeug. Aufgabe ist getan. Ich gebe ihm Bescheid. Ich gebe ihm natürlich noch Bescheid. Achso, er ist hier in der... Hä? 900 Meter? Wo hängt denn der Junge rum? Irgendwo da oben. In der nächstgrößten Stadt wahrscheinlich. Na gut, dann machen wir uns doch auf den Weg hin. Der hat mich überraschenderweise nicht angegriffen. Okay. Sag die Uhr 27 Minuten. Abgeben können wir das bestimmt noch. Boah, ihr schlaft alle so friedlich. Ich will euch nicht unboxen. Das ist so gemein. Wo hängt der denn hier rum? Ist das eine Höhle? Witzig. Aber da will ich gerade nicht lang. Ich komme mir gerade allerdings nirgends lang. Kann ich hier drum rum reiten? Bringt's das? Na doch, das sieht gar nicht so schlecht aus. Einsame Wüste. Jetzt ist der hier in der einsamen Wüste oder was? Oh Gott. Die einsame Wüste sieht wirklich einsam aus. Ich wollte nur gucken, ob ich das richtige Ding aktiviert habe, weil mir das alles ein bisschen so suspekt vorkam. Aber anscheinend bin ich auf dem richtigen Weg. Oh Gott. Jetzt gereicht. Das ist gleichzeitig so unangenehm und doch so witzig. Hier ist irgendwo ein Schatz. Ja, ich reite jetzt erstmal an allem vorbei. Was soll der denn hier sein? Volk von Rhee. Oh, krass. Greifen die mich an? Nee. Freunde. Okay. Freunde. Hey. Du hörst nie auf, mich zu überraschen, Bayek. Ein seltener Jagdbogen. Hm. Und wer seid ihr so? Und wo bin ich jetzt so? Jetzt auf jeden Fall eine Quest. Oh, wow. Yep. Ich bin in ein Gebiet geritten, in dem ich absolut noch nicht sein sollte. Okay, ich mag hier wieder weg. Ich mag hier ganz schnell weg. Ich könnte eigentlich jetzt... Guck mal, da oben ist auch noch ein Aussichtspunkt, den ich noch nicht hatte. Ach Gott, jetzt muss ich echt aufpassen. Oh, warum bin ich hier? Ich will hier nicht sein. Ich will nach hier unten. Da kann ich überall hin. Naja, geht auch nicht unbedingt. 30 bis 33. What? 20 bis 33. Okay. Okay. Ähm. Ich würde sagen, damit das alles so ein bisschen seine Reihenfolge hat, ich wollte das jetzt halt fertig machen, damit ich ihm das abgeben kann. Äh, wir machen eine Schnellreise hier hin und gucken uns dann... Guck mal, das hier... Erstes Blut. War das das letzte Mal schon da? Ich glaube nicht. Vielleicht eine neue Quest, die aufgeploppt ist. Genau. Wir haben hier unten ja noch einiges zu tun. Das würde ich gerne erst mal machen, bevor wir uns jetzt wirklich genauer hier umgucken. Von daher mache ich ja eine kleine Schnellreise. Eine kleine Schnellreise und ich glaube, ich starte das Spiel einmal kurz neu. Das ist ja doch so ein bisschen nervig die ganze Zeit mit dem Sound hin und her. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon mal. Ich mache, wie gesagt, jetzt die Schnellreise, starte das Spiel einmal neu und dann gucken wir uns noch ein bisschen dagegen und vielleicht könnten wir eigentlich auch mal die Hauptquest machen. Also einen Typ müssen wir noch töten, aber ich denke, danach wird noch ein bisschen was kommen. Aber das überlege ich mir. Jetzt hoffe ich erst mal, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin.